Die bekannte schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat zusammen mit weiteren Demonstranten am Dienstag vor dem EU-Parlament in Straßburg an einer Kundgebung teilgenommen. Hintergrund ist ein geplantes neues EU-Naturschutzgesetz. Die 20-Jährige betonte, dass Politiker sich für die Natur und die Menschen anstatt für Profit und Gier entscheiden müssten. Thunberg wurde von weiteren Aktivisten und mehreren Abgeordneten der europäischen Grünen, Sozialdemokraten und Linken begleitet. Das EU-Parlament debattierte am Dienstag über ein neues Gesetz, das Maßnahmen vorsieht, um Ökosysteme wie Wälder und Moore vor dem Kollaps zu retten. Zudem sollen die Städte stärker begrünt werden. Am Mittwoch ist die Abstimmung darüber geplant.